so wir spielen mal eine runde rocket league hier mit dem metallica jäger schön im schwarz mit weißen akzenten und so ein bisschen dunkelbraun und auf geht's wettkampf wir spielen 33 kann ich noch ein bisschen was erzählen nebenbei so wir spielen im urban central auf dem bahnhof also im bahnhofsgebäude das ist einer der klassischen arenen von rocket league wir haben hier einen mitspieler und da hinten ein mitspieler und es geht los ich habe gerade angefangen zu spielen also ich mache mal ein tor schön danke sehen also den chat oben links den kann man auch deaktivieren der schutz war 63 km h das haben wir auch gerade sehen können wenn ihr darauf geachtet habt so ein boost man muss hier natürlich immer viel boost einsammeln in den ecken gibt es die 100 prozent boost felder und das sind die kleinen dinger hier wie man sieht wo man nur etwas aufgeladen wird das ist die ballkamera das ist das ist die ballkamera das andere war die freie kamera die man aktivieren kann aber ich habe für gewöhnt die ballkamera an und schalte dann mal um je nach situation zum beispiel hier wenn ich zum boost fahre der ist nicht drin verdammt noch mal ist das schade aber auch ich habe gerade erst angefangen zu spielen also ich bin noch nicht ganz 200 prozent aber vielleicht mal ein tor gemacht raus hier zack erstmal stoppen und dann ohne boost raus und blocken blocken ist hier immer ganz wichtig man muss nicht mal als erster am ball sein aber es reicht manchmal schauen wenn man gut blockt und vorlagen produzieren ist auch nicht gut er kann nicht schlecht von der städtlich stein hat ihn reingerockt der rocke liegt so ja 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 geh mal weg geh mal weg geh mal weg ah geh mal weg der kamerad ich habe zwar kein boost aber ich glaube auch nicht ran so ein bisschen zurückfahren um den ball klären zu können das war schlecht da die jetzt zum beispiel die kamera wechseln können und um den ball besser zu justieren okay mal gucken was er macht okay unser mate na da will man schießen und dann okay sorry sagt er kein problem gut jetzt boost holen okay ja wollte ich nicht ein paar mal ich sichere das tor ab alles klar dann auch nicht das hat mir zu lange gedauert mit dem mate oh weia mein fehler sagt er wir führen aber noch 2-1 also alles noch im loot alles noch im blauen bereich wir sind ja team blau haha ja ja wow und noch aus dem hintergrund siehst du so verdient man sich auch vorlagen wie geplant wie geplant eindeutig oh ich habe es vom spieler des spiels geschafft was will man mehr war mein erstes spiel heute nicht ganz fit und 404 punkte ein tor zwei vorlagen gegner zum aufgeben gebracht kann man machen das soll es erst mal gewesen sein hier das soll es erst mal gewesen sein hier von rocket league